Brenne Zelt! Brenne! Brenne und die Frames gehen in den Keller, wenn ich dir das Feuer angucke. Kein Kunsthofter. Ja! Ich tue mein Bestes! Ja! Das kann ich! Da haben wir Verbanditen. Die sind auch gar keine Herausforderung. Zahnrad! Wunderbar! Dann kriegt ihr das Handelswesen. So, Pelgrim. Spreng die. Und weg ist er. Nur Mut! Wir werden siegen! Äh, ich tue mein Bestes! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Dafür, dass wir belagert werden, haben wir eigentlich ziemlich viel Ruhe, um außerhalb der Stoffen, so ein Kram zu machen. Die Robaren sind schon übermäßig höflich. Ach guck mal, da haben wir einen Kunsthofter gerettet. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Da speichern wir mal. Euer Wunsch ist mir Befehl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Lehrt sie das Fürchten. Feinde greifen euch an. Was? Die greifen, die greifen tatsächlich die Bogenschützen an. Wie ihr befehlt. Ja. Jawohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Lehrt sie das Fürchten. Ja, ist gut. Ergreift sie. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Wir erledigen das. Deshalb ist die Maus verlangsamt. Wie ihr wünscht. Hier gibt's nix mehr zu. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. So, und jetzt geht's wieder kämpfen. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Alter, dieser beschissene Wald. Seid unbesorgt. Nur Mut. Wir werden siegen. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Der arme Varus damals. Da muss ich auch gedacht haben. Dieser beschissene Wald. Ich kann die ganzen Germanen nicht anklicken. Nur Mut. Wir werden siegen. So. Brennezelt. Brenne. Brenne. Niedrige Frames. Aber das seid ihr ja schon gewohnt bei mir. Wie ihr wünscht. Ja, Herr. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Und sie stürmen wieder an. Neuer Dorf steht unter Beschuss. Repariert das mal. Wo ist Gruppe Null eigentlich? Ach, hier. Der tut uns beschädigt, was? Und der... Ja, wir sollten uns wirklich noch ein bisschen weiter umsehen. Hier wir erstmal erforschen, bevor wir dann diese Kundschaft da hier retten. Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Geschafft. Ja, was habt ihr jetzt erforscht? Das Stehende her. Wunderbar. Dann könnt ihr euch, glaube ich, problemlos zur Universität ausbauen lassen. Wäre da nicht das Problem mit dem Wohnhaus. Aber das sind unsere Gruppe 9 hier liebend gern beseitigen, indem die einfach ein weiteres Wohnhaus hin setzen. Und die haben einen Banner kaputt gemacht. Hm, schade. Hier ist so ein Banner, das haben wir jetzt aus dem Kaputt gemacht. Das ist doch Wölfe. Das ist doch Wölfe. Äh, Blindenhunde. Wie ihr befehlt, wir erledigen das. Feinde greifen euch an. Du gehst hier erstmal nirgendwo hin. Ja, mein Herr. Euer Wunsch ist mir befehlt. Seid unbesorgt. Sofort. Komm, lass die im Wurter aufs. Komm, lass die im Wurter aufs. Komm, lass die im Wurter aufs. Das kann ich. Oh, ne, nur weitere Blindenhunde. Ausbau voll Blatt. Oh, scheiße. Wir erledigen das sofort. Die Schützen kriegen gerade Probleme. Wie ihr wünscht, dafür seht ihr genau die Richtige. Alter, diese Viecher sind so wuselig, die erwischt man nicht. Nur Mut. Wir werden siegen. Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Es ist Zahltag. In Ordnung. Und das Süßerte gibt es hier vielleicht ein paar, die gerade Ärger wollen. Sofort. Dorf zum Tromm. Wunderbar. Angriff. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Oh, falsch. Gebäude. Ähm, äh, Lichtung. Oh, scheiße. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ger, lehrt sie das Fürchten. Seht nur. Es klart auf und wird wieder wahr. Wölfe. Blinden runter. Ich werde es niemals ganz lernen, glaube ich. Wie ihr befehlt. Seht ihr, es lohnt sich immer, sich ganz zu erkunden. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Genau, erkundet euren Körper, meine Freunde. Und Freundinnen natürlich auch. Dafür sind wir genau die Richtlinie. Und forscht in euren Gefühlen. Äh, was ich meine. Es schadet niemals, die Region ganz zu erkunden. Wie ihr wünscht. Wir kümmern uns darum. Da habe ich nicht gesehen. Nur Mut. Wir werden siegen. Feinde haben einen Held attackiert. Tollwütige Blindenhunde. Ja, Herr. Was geht da unten ab? Angriff. Nee, lässt du wohl Kenny in Ruhe? Ja, ist gut. Ja, ja. Gär. So, die liefern sich hier ein eiskaltes Standort mit uns. Eure Arbeiter werden sie aber verlieren. Denn die kommen mit einer... Kiste. 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 Betrachtet die Sache als erledigt. Verteiligt euch. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Das war eine Falle. Das war eine Verfalle. Das war eine verkackte Falle zu dieser elenden Blindenhunde. Die wussten, dass Pilgrim bereit wäre für eine... Kiste. Einfach mal eiskalt seine Kumpanen im Stich zu lassen. Leert sie das fürchten. Wir brauchen allmäh die Steine. Ohne Steine ist blöd. Kurz mal was gucken. Ist dieser Ausbau nicht verfügbar? Doch, der ist verfügbar. Dann sollten wir diesen Ausbau durchführen. Können ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Können ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Gerade nicht so. Oh nein. Tut mir leid. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Wohnhaus hier. Hier. Wenn es denn sein muss. Ja, mein Herr. Jawohl. Ja, mein Herr. Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Okay, in diesem Drittel der Karte, das Drittel der Karte haben wir damit voll erkundet, würde ich sagen. Eigentlich ist es eher so ein Viertel. Dieser Fluss, ihr teilt die Karte in eine Hälfte und in zwei Viertel. Schnauze. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Schnauze. Ach, das hätten wir gar nicht bauen müssen, weil... ...die bestimmt so weit gelaufen wären. Na, passt schon irgendwie. Ihr braucht mehr Steine. Ach her, wir haben nicht nur Steine. Also Armee 1 erst mal hier hin. Und jetzt, wo wir den höchsten Platz haben, würde ich uns sagen, dass wir uns aber auch ein paar... Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, wir stellen uns noch ein paar Schwertkämpfer zur Seite. Die Schmiede darf uns mal ein paar neue Rüstungen anfertigen. Wir können uns Steine kaufen. Das ist unsere erste Aktion. Oh, jetzt bin ich mit der Hand gegen das Profon gekommen. Ähm... Wir kaufen uns mal 1.000 Steine. 3.000 Steine. Wobei, wir kaufen erst mal 2.000 Steine, damit wir das Geld nicht zu sehr entwerten. Und dann ist Holz das nächste, was wir uns holen. Es ist Zahltag. So, wo können wir euch jetzt hinschicken? Gab es hier irgendwelche Ressourcen zu plündern? Fertig, Meister! Nicht. Hier könntet ihr aber ein bisschen roden gehen. Ja... Da interessiert es niemand. Da gucken wir ihn nie wieder hin. Ja, nicht nötigen Steine. Weiches Leder, dann auch noch Kettenlederrüstung für unsere Schwertkämpfer. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Die Steine brauchen wir dann für den Ausbau unserer Anlagen hier. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei langen Bogenschützen. Und vielleicht gehen wir auf Langschwertkämpfer auch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Buchdruck ist auf jeden Fall was, damit wir uns in der Kirche bauen können. Hier ist genug Platz für die Kirche. Das ist gut. Das ist alles sehr gut. Aber Steine bauen wir. Hier, wir bauen so ein Windrad hin, damit die von dem Lärm der Windräder bekloppt werden. Oder wir stellen das irgendwie ans Wasser und gucken mal, ob es hier Flussdelfine gibt. Und wie die dann reagieren. Geschafft. Zahltag. So, Armee 1 ist ein bisschen größer geworden. Aber wir brauchen diese Truppe auch, um... Das ist eine richtig schöne Region zur Stadt. Richtig schön idyllisch. Oh, wir können auch eine Bank bauen. Ähm... Jetzt brauchen wir Büchereien. Wir haben leider nicht genug Steine, um eine Zitadelle zu bauen. Haben wir einen Steinmetz? Ich glaube, wir haben einen Steinmetz, oder? Wir haben doch von jedem Verhältnungsgebäude einen gemacht. Oder... Wir haben einen Steinmetz. Ich dachte es mir schon. Handel abgeschossen. Wir haben Steine bekommen. Wunderbar. Dann können wir... Unsere kleinen Ausbaupläne direkt fortsetzen. Und ausbauen. So, es geht das Ganze schon viel besser voran. Dann haben wir hier noch genug... ...für die Flaschenzüge. Nein, 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 nein. Nicht die Leihbis. Das verstößt gegen die Genfer Konvention. Angriff. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Ähm... ...Lichtung. Quick Save. Aus Sicherheitsgründen. Ja, Herr. In Ordnung. Seid unbesorgt. Ausbau fertig. Einer eurer Helden wird angegriffen. Was? Die sind überhaupt keine Herausforderung. Unsere Breitschriftkämpfer machen die einfach weg. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Heureka! Lehrt sie das Fürchten! Ich glaube, wir kommen, dass wir mit Kavalerie hantieren werden hier. 600 Steine brauchen wir. Für die Kathedrale. Wir haben noch zwei Plätze. Das heißt, wir bräuchten... ...noch ein Wohnhaus. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Wohngeschubse? Ausbau abgeschlossen. Hier ist schön. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Macht sie nieder. Achtung! Gleich macht es Rums! Rums! Komm schon, Rums! Nur Mut! Wir werden siegen! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ich hätte nie erwartet, dass Feinde mich angreifen würden. Sofort! Ja, Angriff! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, jetzt suchen wir wieder ins Zelt ran. Das Feuer kommt, die Frames fallen. Und... Jawohl! Nichts passiert. Nichts passiert. Bis zum nächsten Mal.